Elfenbeinpapier ist ein anstelle von Platten aus Elfenbein zur Miniaturmalerei benutztes Papier. Elfenbeinpapier besteht aus mehreren aufeinandergeleimten, straff angespannten Blättern guten Zeichenpapiers. Es wird in der Art hergestellt, dass man die Oberfläche mit feinem Glaspapier abschleift und anschließend einen Anstrich aus Gips, mit Leimwasser angerührt, gibt, diesen Anstrich nochmals abschleift und schließlich das Ganze mit einer schwachen Leimlösung wiederholt.